Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. Mai. Schwerer Unfall auf der B49, Festnahme nach Axtattacke in Limburg und Eintracht-Party in Sevilla. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Auf der Bundesstraße 49 hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mit zwei Frauen aus Weilburg besetzter Vortorneo war gegen 18.30 Uhr aus Richtung Limburg in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Nach Informationen der Polizei soll die Fahrerin auf Höhe des Braunfelser Stadtteils Tiefenbach ihr Auto mitten auf der Straße bis zum Stillstand abgebremst haben, offenbar, umzuwenden. Dazu kam es nicht, ein 36-Jähriger aus dem Rheinlandkreis krachte mit seinem Fiat Ducato mit derart starker Wucht in die Rückseite des Autos der Unfallverursacherin, dass dieses sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die 30 Jahre alte Fahrerin des Ford und ihre 47-jährige Beifahrerin erlitten laut Polizeischwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Fiat-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die B49 war an der Unfallstelle für rund eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 20.30 Uhr waren schließlich beide Fahrbahnen wieder frei. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Der Vorwurf, den Ralf Herrmann, der Leiter der Schwimmabteilung des TV 1843 Dillenburg, erhebt, wiegt schwer. Unterschriften von Übungsleitern auf Antragsformularen sollen gefälscht worden sein. Mit den Anträgen hat der Traditionsverein aus der Oranienstadt Zuschüsse vom Landessportbund und von der Stadt erhalten. Schon vor Weihnachten hat Herrmann deshalb Anzeige bei der Polizei erstattet, gegen TV-Präsident Jörg Rosenkranz sowie TV-Geschäftsführer und Schatzmeister Eberhard Göbel. Er sei daraufhin von der Polizei vernommen worden. Dabei habe man ihn auch darauf aufmerksam gemacht, dass er sich damit selbst belasten könnte, berichtet Herrmann im Gespräch mit dieser Zeitung. TV-Präsident Jörg Rosenkranz bestätigte gegenüber dieser Zeitung lediglich die Anzeige, die sich gegen ihn sowie Geschäftsführer und Schatzmeister Eberhard Göbel richte. Zu den darin erhobenen Vorwürfen wolle er sich aber mit Blick auf das laufende Verfahren nicht äußern. Das gilt auch für Eberhard Göbel. Nach einem Axtangriff in der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen 32-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten am späten Dienstagnachmittag die Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg wurde der Mann wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung der Haftrichterin des Amtsgerichts Limburg vorgeführt, die einen Haftbefehl erlassen hat. Was war am Montagabend geschehen? Die Polizei wurde gegen 23.30 Uhr in die Friedhofstraße in Limburg gerufen, da dort ein Paar angegriffen worden sein sollte. Nach ersten Ermittlungen, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter, hatte der 32-jährige Tatverdächtige die Rückkehr des Paares an dessen Wohnanschrift abgepasst. Als die beiden aus ihrem Auto ausstiegen, soll es zu einem Streitgespräch gekommen sein, bei dem der Tatverdächtige plötzlich eine Axt aus seiner Jacke hervorgeholt und auf den 30-jährigen Mann eingeschlagen haben soll. Der Täter floh Richtung Bahnhof, wurde dort jedoch kurze Zeit später gefasst. Wichtiger Schritt zur Erforschung des plötzlichen Kindstods Australische Forscher haben entdeckt, dass es ein Enzymmangel sein könnte, der eine wichtige Rolle beim plötzlichen Kindstod spielt. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden Anfang Mai im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht. Die Forscher haben getrocknete Blutproben von mehr als 60 verstorbenen Babys untersucht, die einige Tage vor der Geburt im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen entnommen worden waren. Als die Babys später starben, waren sie zwischen einer Woche und zwei Jahren alt. Ihre Blutproben wurden mit denen von lebenden Babys verglichen. Es zeigte sich, dass bei den an Kindstod verstorbenen Babys die Aktivität des Enzyms Butyrylcholinesterase signifikant niedriger war als bei den lebenden Babys. Das Enzym könne den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen, was erklären würde, warum der plötzliche Kindstod im Schlaf auftritt, so die Forscherin. Der plötzliche Kindstod ist laut The Lancet eine der Hauptursachen für den Tod von Säuglingen in westlichen Ländern. Er mache fast 50% aller Todesfälle bei Neugeborenen aus. Die meisten Fälle treten im ersten Lebensjahr, und zwar im Alter zwischen zwei und vier Monaten auf, Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Sollte mit der Butyrylcholinesterase ein Biomarker gefunden worden sein, könnte dieser eingesetzt werden, um Babys mit diesem Risikofaktor engmaschiger zu beobachten. Knapp 150.000 Fans der Frankfurter Eintracht und der Glasgow Rangers stürmen zum Europapokalfinale am Mittwochabend nach Sevilla. Aus Deutschland und Schottland fliegen am Mittwoch so viele Sonderflüge nach Südspanien, dass der Europäische Fußballverband UEFA sich höchstpersönlich dafür verantwortlich zeichnet, welche Flugzeuge direkt am recht kleinen Flughafen der südspanischen Stadt landen dürfen, und welche an umliegende Flughäfen umgeleitet werden. Denn, auf Sevillas Flughafen ist nicht genug Platz, um all die Maschinen zu parken. Und die UEFA trägt dafür Sorge, dass die Umverteilung gerecht verläuft. Tagsüber hat die UEFA mit den Clubs-Fantreffs mit Auftritten von bekannten Musikern auf zwei großen Plätzen in der Stadt organisiert. Ganz Sevilla ist mit den Fahnen der beiden Finalteilnehmer geschmückt, Straßenbahnen sind großflächig mit den Logos der Eintracht und der Rangers beklebt, auf dem Plaza de Espana wurde eine riesige Nachbildung der Europa League Trophäe aufgebaut, hunderte Fässer Bier stehen bereit. Es ist also alles angerichtet für eine gigantische Sause. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de